hallo ihr lieben ganz ganz herzlich willkommen bei einem neuen youtube video auf meinem kanal ich bin jetzt hier in sardinien und möchte mit euch ein paar ganz ganz wichtige erkenntnisse teilen insbesondere wenn du dich jetzt gerade auch in der situation befindest wo du sagst scheiße das ist aussichtslos ich kann es nicht verändern ich kann gar nichts verändern die dinge sind so wie sie sehen das ist alles festgefahren und insbesondere wenn es sich um eine spezielle person für dich handelt wenn du das gefühl hast es verändert sich nie der verändert sich nie unsere situation wird sich nie verändern und es ist einfach so dass ich dir schwöre dass ich dir schwöre dass äußere umstände dass die situationen die da sind dass es du im außen sie ist dass du auch erlebt hast über jahre hinweg dass das keinen einfluss auf deine zukunft auf deine zukünftigen manifestationen hat manifestation ist keine lineare geschichte manifestation ist eine energetische sache hier geht es niemals darum wie du zu der energie gekommen bist die du jetzt verkörpert es geht überhaupt nicht um deinen weg es geht um das was du jetzt darstellt was du jetzt verkörpert und wenn du dir erlaubst dich wirklich vollkommen frei zu machen von allen umständen die mal da waren von allen erlebnissen und ereignissen die du als enttäuschend oder abweisend oder ablehnend wahrgenommen hast wenn du dir wirklich wirklich erlaubt sich komplett davon frei zu machen 100 prozent dann kannst du jetzt die stunde null einleiten und kannst alles neu manifestieren ohne irgendwelche überreste aus der vergangenheit und das bedeutet insbesondere wenn du hier mit einem sp thema auf meinem kanal gelandet bist dass du alles was zwischen euch war einfach loslässt und neu anfängst und wo fängst du neu an bei dir und wer ist deine ideale person wie ist deine ideale person wie denkt und fühlt und handelt deine ideale person was sind die ansichten diese idealen person dieser idealen version deiner selbst aufs leben auf partnerschaft auf zusammenleben auf interaktion miteinander all das musst du neu gestalten all das musst du dir erlauben wirklich aus deinem ideal aus deinem optimum einfach nur festzulegen und gleichzeitig musst du in deine kraft und deine macht kommen und wissen dass das was du festlegst realität ist denn du bist realität und das sind diese schritte die so so schwer sind für den verstand weil der verstand möchte logik aber manifestieren ist energetik es ist ein energiespiel und energie hat keine bedingung hat keine zeit also hat es auch keine vergangenheit energie ist es komplett egal wie du zu dieser energie wieder zu diesem energetischen seinszustand wie du zu dieser identität gekommen bist die in der realität lebt die du gerne haben willst und das so stark zu wissen dass dein verstand aufhört 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 zu zweifeln aufhört in die vergangenheit zu denken aufhört irgendwelche projektionen in die zukunft zu machen die aus angst heraus sind du könntest scheitern oder es könnten dinge nicht funktionieren das ist deine aufgabe die du trainieren musst und zwar es ist ein taffes training und dieses taffeltraining wird sich jedes mal auszeichnen jedes mal nur wenn du weiterhin genügend spielraum für ängste und für zweifel hast für analytik hast und deswegen dein kraft und einen fokus nicht auf dem hältst was du entschieden und bestimmt hast wird sich immer wieder enttäuschung reinmischen wird sich immer wieder angst reinmischen wird sich immer wieder dein altes denken dein entmächtiges denken einschalten und du als meister manifestor als meister manifestorin du bist aufgerufen hier im meister sitz im fahrersitz im steuersitz im königssitz im gürtinnensitz zu sitzen und deinen fokus darauf zu richten wer du bist weil das allein das allein manifestiert sich es manifestiert sich wer du bist und was zeichnet aus wer du bist es ist ein denken über dich selber über andere leute und über die welt das zeichnet dich aus dieses denken macht dich zu dem was du bist und gleichzeitig macht dieses denken deine welt deine realität zu dem was sie ist und wenn da dinge in einer realität sind die nicht dementsprechend was du haben möchtest musst du noch tiefer in deine eigene transformation reingehen das heißt in die transformation deine art und weise zu denken die transformation deine ansichten und glaubenssätze deine überzeugungen und natürlich vor allem in die transformation deine ängste weil dieser zustand des vertrauens dieses selbst vertrauens ist ein erhabener zustand der über den dingen steht die du nicht haben möchtest und sich diesen erhabenen zustand zu erarbeiten das ist der absolute schlüssel für die meisterschaft eines traum lebens sich zu manifestieren zu erlauben zu kreieren weil die vorstellungskraft die du hast ist unlimitiert die person die du sein darfst ist unlimitiert es gibt keine herkunft die du nachweisen brauchst es gibt keine erfahrung die du nachweisen brauchst es gibt keine berechtigung die du nachweisen brauchst du brauchst keine erlaubnisgeber energie fragt dich nicht danach nur dein verstand fragt danach und deswegen sind diese zwei faktoren so so wichtig immer wieder zu wissen nummer eins ich bin energie ich bin unlimitierte energie das macht mich zu einem unlimitiert mächtigen wesen und meine tools sind die ausrichtung meiner gedanken und meine gedanken sind in überzeugungen sind in ansichten sind in denkweisen sind in annahmen und in rückschlüssen und annahmen und rückschlüsse brauchen keinen logischen zusammenhang sondern sie brauchen nur einen energetischen zusammenhang und diesen energetischen zusammenhang zu erkennen aufrecht zu erhalten immer wieder zu aktivieren ist die straße zu der realisierung einer manifestation deiner wünsche und aus diesem grunde biete ich dir jetzt die möglichkeit im selbstlernkurs deine ängste anzuschauen und die zu transformieren ist ein ganz entscheidender faktor im selbstwertkurs die magie der weiblichen alchemy da kannst du wirklich selber in dich und in dein training einsteigen wenn du näher und tiefer mit mir zusammenarbeiten willst hast du die möglichkeit in die mastermind unlimited einzusteigen hier werde ich dich in deine an limited unbeschränkte unbegrenzte grenzenlose macht und kraft und power einführen du wirst dich als dein eigener brand als dein eigenes selbst als dein eigenes selbst konzept so sehr verstehen dass du dich nicht mehr ängstig die zu sein die du sein willst dass du dir keine sorgen mehr machst über die zukunft dass du nicht mehr an scheitern glaubst sondern dass du so so fest weißt wer du wirklich bist und dir erlaubst diese wahrheit als brand als marke als unikat als unicorn nach außen zu tragen und zu leben völlig egal der konventionen sondern nur nach deinen eigenen regeln wie sich das für dich und gut gut und stimmig anfühlt und das ist so so wichtig ja das sind jetzt diese speziellen möglichkeiten die ich dir ans herzen lege wenn du wirklich jemand bist der sagt ich weiß manifestation ist real ich weiß die staupsteine ich weiß den switch der immer wieder gedreht werden muss und ich weiß dass es alleine wahnsinnig schwierig ist hier auf diesem part auf dieser divine design reise zu bleiben ohne zweifel und ohne ängste und wenn die weg sind ich verspreche dir es wird magie es wird zauber eintreten die dinge werden sich für dich darlegen ohne dass du weißt wie sie dazu gekommen sind und du hast auch keinen anspruch mehr darauf wieso das so geworden ist weil du weißt es ist so geworden im außen weil du zu der person zu der frau im innen geworden bist und ganz kurz noch zurück zu sp dein sp ist dein absoluter helfer nummer one number number one wenn du wirklich eine person für dich gefunden hast wo du sagst das ist ohne bedingung die liebe meines lebens das ist der spiegel den ich für mich und mein leben gewählt habe diese person soll mich spiegeln ich will mich in dieser person sehen und wieder erkennen ich will mit dieser person diesen herzensbund leben und das ist die person dann ist diese person für dich da um dich genau auf deine divine design reise in deine wahrhaftigkeit in einem göttlichen brand zu führen den du hinterher in dieser welt ausdrückst und der sich auch dann in deinen ganzen anderen lebensbereichen spiegelt ist es nicht wundervoll ist das nicht sauberhaft dass dieses ganze leben sich nur um dich dreht ist es nicht sauberhaft dass du alles verändern kannst für dich in deinem leben und gleichzeitig verändern sich die dinge für alle leute die mit dir zu tun haben und wenn du dein bestes aus der ruhe rausholst wenn du dein divine design brand verkörpert und lebst und gleichzeitig andere menschen dadurch ihr göttliches design erkennen und leben und genießen lernen dann macht es doch wirklich sinn dass du auf dieser reise bleibst und vor allem dass du dafür sorgst dass diese reise nicht zu ende geht sondern dass diese reise unendlich weiter geht ins unlimited also es ist egal wo du gerade stehst du kannst diesen moment entscheiden dass du aus diesen ganzen beschränkungen und begrenzten regeln dieser welt austritt weil du weißt logik und analytik hat mit energie nichts zu tun energie ist ein seinszustand energie generiert realität und du gibst dich auf die reise die energie zu verkörpern die deine realität darstellt für mich das einzige was wirklich sinn macht für mich das einzige was wirklich spaß macht für mich das einzige was wirklich für jeden menschen in die reine pure erfüllung führt und raus aus jeglichen mangel raus aus jeglichen ängsten ja bald haben wir 4000 abonnenten abonnenten übrigens also stelle unbedingt sicher dass du in der e mail liste für die verlosung von meiner eins zu eins gespräche bist weil wenn du einmal so etwas erlebt hast diese göttlichen downloads die durch mich zu dir fließen wie das schon alleine deine energie schifftet und du merkst hoppla ich bin ja eigentlich ganz ganz jemand anders als ich immer dachte als meine geschichte mir beigebracht hat das wünsche ich mir für dich das wünsche ich mir für alle menschen auf dieser erde dass sie sich befreien aus allen limitierungen aus allen vorstellungen sie sind nicht gut genug und vor allem aus den vorstellungen irgendetwas könnte für sie nicht möglich sein sei es geld sei es liebe sei es gesundheit alles ist für uns alle möglich nur wir müssen genau diese beschränkungen ablegen um in dieser welt des divine designs der grenzenlosigkeit einzutreten also ihr lieben wir sehen uns im nächsten video